Mihao! Willkommen zu Barbecue, Freunde! Machen wir neue Aktion! Du kannst jetzt schauen! Guck so, wir machen eine Aktion, die nennt sich Asia-Wochen von 28.6. bis 18.7. Und danke an Fitmiet und Bollen, Senf und Feigost haben uns unterstützt. Wir zeigen euch leckere Rezepte von Glil. Guckst du hier? Ah, Fleisch auf Glil. Ja, lecker! Lecker! Und hier guckst du machen hier leckere Sachen im Tintan-Fisch. Tintan-Fisch. Ja, Spargel und viele, viele weitere Sachen. Du kannst das alles sehen. Aber das Allertollste ist, du kannst gewinnen. Gewinnen tolle Pleise von, 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 ich nix verrate. Das wird ein Spaß. Doch hey, nix einfach für dich. Du hast eine Aufgabe. Du musst kommentieren mit einem Hashtag. Ein Hashtag auf alle Kanäle. Kanäle zeigen dich. Hashtag und du musst kommentieren. Bei alle Kanäle. Ich wünsche dir viel Glück. Du wirst schon schaffen. Oh, ist dunkel hier. Am 28.7. Du kannst das gucken, ob du gewonnen hast. Auf Kanal von Alien BBQ. Mit Muki. Deiner BBQ. Machen Livestream. Du wirst schon schauen. Wir freuen uns auf dich. Hinkmannchen. Auf. Hinkmannchen.